Vor der industriellen Revolution lebten wir in einer Agrargesellschaft. Die Menschen bauten ihre Nahrung an und lebten davon. Zum Frühstück gehörte das eigene Brot zu backen und das Melken von Kühen. Die Menschen waren noch hunderte von Jahren davon entfernt, ein abgepacktes Müsli zum Frühstück zu essen. Und was ist in so einer Packung drin? Da ist Weizen drin und Mais, das schmeckt gut wie Erwalt. Das ist super, aber mega lecker.